So, willkommen zu einer neuen Runde. Wir haben so einen Nachtmodus. Haben wir noch gar nicht so richtig gehabt heute, oder? War immer so hell. Aber hier ist die Entkommen-Kutsche. Wir können auch jetzt abhauen. Okay. Oh! Alter, das ist ja mal... Aber das machen wir noch nicht, oder? Ich weiß gar nicht. Können wir das jetzt nochmal bremsen? Was? Können wir das nochmal bremsen, oder? Ja, wir können einfach rausgehen hier, weitergehen. Okay. Oder? Ja, jetzt ist es vorbei. Ja, wäre ja auch Blödsinn, ne? Ja, aber es ist vielleicht nicht schlecht. Ich meine, man muss nicht unbedingt immer die Trophäe holen. Weil man kriegt schon recht viel Erfahrung. Auch so, wenn man Monster tötet und so, dann kann man einfach rausrennen. Das stimmt, wenn man einfach mal ein bisschen aufleveln möchte. Ja. Ne? So, und wieder nachladen. Unsere Gegner sind auch ziemlich nah, finde ich. Oh, hier ist schon das nächste. Ist wahrscheinlich auch jedes Level nicht ganz so groß, ne? Wahrscheinlich. Oh. Oh. Das ging ja gut. Ja. Jetzt muss ich natürlich nochmal das Feuer löschen, aber... Oh. Das ist... Hatte aufgehört. Ich dachte schon, der streut noch weiter. Oh. Alter, du hast ja abgeballert. Ist ja nach hinten. Dann wollte ich schießen. Hab natürlich daneben geschossen. Das ist auch geil. So, nächste Ziel hier hinten. Ja. Ich glaube, so... Ja. Dann entfernen wir uns ein bisschen von unseren Gegnern. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Und dann rennen wir einfach raus. Genau. Ich glaube, wir gehen echt in deren Richtung. Ich höre die eigentlich mehr rechts so. Aber es... Aber die musstest du noch mit Messern, ne? Ja. Es gibt Punkte. Ja. Ach, ich glaube, das ist der schwarz-gelbe Balken unten. Das sind die Erfahrungspunkte. Ah. Aber warum? Meine Energie wird wieder nicht angezeigt. Wahrscheinlich nur, wenn man verletzt ist, ne? Ja, ich denke auch. Also meine wird auch nicht angezeigt. Oh, oh. Hunde. Auch von hinten kommen auch welche. Oh, wieder. Wieder nachladen, jetzt, Benni. Oh, wir werden beschossen. Bist du erschossen worden? Ja, durch Wand, Kopfschuss. Durch die Wand. Bist du auch tot? Ne. Ich hocke hier gerade ab. Also die kamen aus der Richtung, wo auch die Zombies waren, direkt auf der Straße. Genau, da sind sie. Einen Tod. Fast. Ja, keine Chance. Echt krass. Hat er dir auch einen Kopfschuss verpasst? Ne, aber ich, äh, der war ja rechts, der andere Link geradeaus, aber die waren schon sehr gut. Ja. Also. Also. Ich weiß.